Das war sie schon, die erste Phase der Metaphysik. Die erste Phase, wie gesagt, ist die konventionelle Einteilung, ist eine Weise, einfach das mal zusammenzuschieben, dass man es innerhalb von einer Viertelvorlesung behandeln kann. Wir kommen jetzt zur Metaphysik, zur nächsten Phase. Also zwischen Phasen soll es natürlich irgendwelche Einschnitte geben. Was die Historiker einfach wirklich gelernt haben, ist, wenn sie so eine Phaseneinteilung machen, dann finden sie natürlich irgendwelche Arten von Diskontinuitäten, also irgendwelche Einschnitte, aber sie finden eben immer auch Kontinuitäten. Und je nachdem, wie sie dann gewichten, bekommen sie eben entweder eine neue Phase oder aber sie sagen, nein, es ist die alte Phase, es ist einfach eine Kontinuität. Also, ich will aber darauf jetzt gar nicht besonders eingehen. Wie gesagt, nehmen Sie das bloß nicht zu ernst. Meine Phaseneinteilung hier, die hilft Ihnen einfach so ein bisschen Ordnung zu schaffen, es aber nicht sozusagen besonders ernst zu nehmen. Die zweite Phase ist jetzt also von Beginn der Neuzeit. Auch dort, das sind natürlich keine scharfen Sachen. Da kann man auch schon dann sagen, okay, 15.50 Uhr. Ich denke, solche Phasen sind auch nicht von einem Tag auf den anderen. Vor allen Dingen richten Sie sich nicht typischerweise nach dem christlichen Kalender. Oder der Geschichte selber ist der weitgehend, nicht vollkommen, aber weitgehend, wurscht. Also, Neuzeit, frühe Neuzeit, 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts, Größenordnung diese zwei Jahrhunderte. Was dort passiert ist, jetzt wenn man es von der Philosophie her anschaut, dann stellt man fest, im Unterschied zu der Zeit davor, dass es eine systematische Reflexion auf die Möglichkeiten und die Vorgehensweise der Metaphysik gilt. Also, man kommt schon fast nicht mehr zur Metaphysik selber, also zu den Fragen, also fast nicht mehr, zu den Fragen, die man eigentlich beantworten will, was ist das Seiende, was ist das Eigentlich Seiende und ähnliche Dinge, sondern man bleibt sozusagen in dem Vorfeld fast stecken, sich zu überlegen, wie sollen wir eigentlich diese schwierigen Fragen beantworten. Wie geht das eigentlich? Nachdem man einfach über diese Fragen mehr und mehr gestolpert ist. Also, so kann man das ganz grob sagen, dieser Übergang in diese zweite Phase. Ein extrem wichtiger Kontext. Ich kann gar nicht müde werden, allen meinen Studierenden aus allen Semestern damit auf die Nerven zu fallen. Ich sehe schon ein verständnisvolles Lächeln in der ersten Reihe zu sagen, Sie können das alles nur verstehen, wenn Sie den Kontext der Entwicklung der neuzeitlichen Wissenschaft dazunehmen und das bedeutet im 17. Jahrhundert die Physikentwicklung. Es entsteht zu dieser Zeit die neuzeitliche Physik. Es ist ebenfalls eine stürmische Mathematikentwicklung, die gibt es aber, die reicht schon weiter zurück, die beginnt und die dann in das 17. Jahrhundert also unglaubliche Ausmaße annimmt. Sie können das, was in der Philosophie im 17. Jahrhundert passiert, nur verstehen vor dem Hintergrund, dass das gleichzeitig etwas in den Wissenschaften passiert. Es ist damals ein viel größeres Kontinuum, ein Zusammenhang der Wissenschaftsentwicklung und der Philosophieentwicklung. Es ist eine der großen Sünden meines Erachtens in vielen Philosophie-Lehrbüchern, auch im Selbstverständnis der Philosophie. Das beginnt jetzt zum Glück abzunehmen, dass man dieses 17. Jahrhundert und auch andere Teile der Philosophie in Abgrenzung von der Wissenschaftsentwicklung zu verstehen versucht. Und das geht einfach nicht, weil Sie wirklich das, was dort passiert im 17. Jahrhundert, nur verstehen können, wenn Sie verstehen gleichzeitig, was insbesondere in der Physikentwicklung passiert. So, also was passiert dort in der Physik, um das nur ganz, ganz kurz zu sagen? In der Physik entsteht die sogenannte moderne Naturwissenschaft. Galileo ist dort der große Physiker des 17. Jahrhunderts und die Physik verändert sich. Es gibt also seit Aristoteles eine Naturwissenschaft, die Physik heißt an die moderne Physik, ist eine Ausdifferenzierung aus dem, was bei Aristoteles Physik heißt. Das ist viel breiter, weiter bei Aristoteles. Das, was dann Physik im neuzeitlichen Sinn, also damals die Mechanik, die beginnt sich dort auszudifferenzieren und die unterscheidet sich von den früheren Phasen der Physik vor allen Dingen mit einer neuen Rolle von Mathematik. Die Mathematik hat in der alten Naturwissenschaft, also in der alten Physik, keine Rolle gespielt. Die hat eine Rolle in der Planetentheorie gespielt, also in der Kosmologie, hat aber in der Physik, also den irdischen, damals irdischen physischen Phänomenen, keine Rolle gespielt, während sie jetzt bei, und in der Hand Galileos insbesondere, und der anderen im 17. Jahrhundert plötzlich extrem wichtig wird. Es wird ein Kerngebiet und ein Kernbestandteil und ebenso wird ein neuer Bestandteil auch etwas eine absolute, unglaubliche Neuerung, die Rolle des wissenschaftlichen Experimentes. Das Experiment hat es in der Antiken, im antiken Wissen, nur im Bereich der Technologie gegeben, der Technik. Dort ist experimentiert worden, also in der Ballistik oder andere Beispiele von Technikentwicklungen, auch im Mittelalter, ist selbstverständlich in der Technikentwicklung experimentiert worden, aber es ist in der eigentlichen Naturwissenschaft, in der Physik, ist nicht experimentiert worden. Und zwar nicht aus Bescheuertheit, sondern weil es ein anderes Setting war, eine andere Weise, wie man über die physischen Gegenstände der Natur nachgedacht hat und bei diesem Nachdenken hat es keinen Platz gegeben, weder für Mathematik noch für Physik. Und es war eben eine ganz grundsätzliche Neuorientierung, begriffliche Neuorientierung, die in diesem 16., also im 16., das ist schon etwas früher losgegangen, also auf jeden Fall, die im 17. Jahrhundert dann wirklich zu voller Blüte und Austragung gekommen ist, die dann eben dazu geführt hat, dass es eine wirklich völlige Neuorientierung dieser Physik gegeben hat, so dass plötzlich, in der die Mathematik eine tragende Rolle gespielt hat und das umwerfend erfolgreiche neue Erkenntnisinstrument Experiment gekommen ist, das man nicht nur beobachtet hat, also in der antiken Physik ist beobachtet worden, selbstverständlich, bis hin auch zu Sektionen, also Aristoteles hat durchaus Tiere zerlegt und sich angeschaut, was drin ist, also ganz ähnlich wie das heute gemacht wird, das ist auch in der frühen Neuzeit, Mittelalter selbstverständlich gemacht worden, Leonardo da Vinci hat das gemacht und andere haben das gemacht, zum Schauen, wie diese Viecher eigentlich funktionieren und Pflanzen, aber man hat nicht experimentiert, Experimentieren ist was anderes als Sektionen oder als Beobachtungen, sondern das ist nochmal was anderes beim Experiment, da tut man irgendwas und schaut, was sich daraus ergibt und das ist eine andere Situation und das war eben früher kein Bestandteil und das ist jetzt ein Bestandteil geworden, zusammen mit theologischen Elementen, die jetzt, also christlich-theologische, also definitiv christlich-theologische Elemente, die jetzt ganz stark in diese Naturwissenschaft oder geholfen haben, diese Naturwissenschaft überhaupt entstehen zu lassen und das ist der Begriff des Naturgesetzes. Auch den gibt es nicht in der Antike, gibt auch da keine wirklichen Analoga dafür, sondern der Begriff des Naturgesetzes neu, der wird wirklich im 17. Jahrhundert erfunden und ist ein nebenbei bemerkt zutiefst theologischer Begriff. Der ist nur im 17. Jahrhundert denkbar als etwas, was Gott, der christliche Schöpfergott, der Natur auferlegt hat, in analoger Weise, wie wir Menschen den Gesellschaftengesetze auferlegen. So hat Gott die Naturgesetze der Natur auferlegt, das ist im ganzen 17. Jahrhundert lebendig und die Naturwissenschaft versucht dann eben, Gottes Schöpfung, den Naturgesetzen, die er der Natur oder sie der Natur aufgelegt hat. Ich kann nicht beurteilen, ob Gott Mann oder Frau ist. Die Feministin meine, es sei eine schwarze Frau. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall ist der Naturgesetzbegriff ein theologischer Begriff. Das ist erst im Laufe dann der späteren Jahrhunderte, ab dem 18. Jahrhundert ist das sozusagen abgeblasst und heute hat keiner, weiß das ja praktisch niemand mehr, also sozusagen normalerweise, dass das ein theologischer, ursprünglich theologischer Begriff ist. Das sind die Dinge, die neu passiert sind in der Naturwissenschaft und das hat eine vollkommen neue Konstellation gegeben, jetzt wie die Wissenschaft vor sich geht und diese neue Konstellation der Wissenschaft hat massivst auch das Denken der Metaphysik beeinflusst, weil man dadurch sozusagen andere Fragen gestellt hat und natürlich auch zu anderen Antworten gekommen ist. Das ist der Kontext und Sie können viele der Dinge, wenn Sie also Descartes lesen oder sonstige oder Wensi immer oder Locke aus dem 17. Jahrhundert, wenn Sie diese Leute lesen, dann können Sie das nur verstehen, wenn Sie wissen, was gleichzeitig dort in der Naturwissenschaft passiert ist, sonst verstehen Sie viele von den Denkbewegungen und Argumenten, die die Leute machen, überhaupt nicht. Es bildet sich in dieser Zeit etwas heraus, was dann die Philosophie massiv beeinflusst hat, die Herausbildung der Grundpositionen in Rationalismus und Empirismus, das gehört sozusagen zum Standardrepertoire eines jeden Philosophiestudiums, dass Sie diese beiden Grundpositionen, so wie Sie sich damals gebildet haben, kennen. Die Grundlage dieser Unterscheidung wieder ist eine antike Unterscheidung, die in der Antike in völliger Klarheit gesehen worden ist, die Unterscheidung von Sinneswahrnehmung und Denken. Also etwas, was das ist auch so ein Grund, eine Grundunterscheidung, die die ganze Philosophiegeschichte hindurch in den unterschiedlichsten Funktionen eine Rolle spielt, Eistesis ist die Wahrnehmung und das Denken. Wir haben eben sozusagen verschiedene Modi, also wir sind ja relativ komplexe Lebewesen, die verschiedenes Zeug machen, aber bei der Erkenntnis, da spielen eben zwei doch recht heterogene Dinge eine Rolle, das eine ist die Sinneswahrnehmung, dass wir irgendwie was aufnehmen, wir Menschen sind weitestgehend Augenwesen, unser Geruchssinn ist natürlich miserabel im Vergleich zu dem, was andere Tiere da können, so normale Hunde da, jeder dahergelaufende Haushund, der riecht also 20 oder 50 Mal besser als wir, wenn wir da einmal sozusagen blind, kann man ja nicht sagen, aber geruchslos durch die Gegend tasten und nur gucken, die können wir auch und dann können wir auch noch denken irgendwie, also was immer das dann auch genau heißt, aber das ist jedenfalls was anderes, wenn ich mir dann überlege, kann ich jetzt dieser Beobachtung trauen, dass hier zwei Kugelschreiber liegen und dann denke ich darüber nach, dann mache ich irgendwie was anderes, dann denke ich darüber nach, denke ich, ja, wie ist das Licht, wie geht es mir heute, ja, ich glaube, also dann beginne ich nachzudenken und dieses Nachdenken ist was anderes, wie das Wahrnehmen selber und diese beiden Sachen, also dieses Denken und dieses Wahrnehmen, wie gesagt, völlig klar in der Antike gesehen, das sind zwei sehr heterogene Sachen, irgendwie brauchen wir wahrscheinlich beides, aber vielleicht zu unterschiedlichen Gewichten, naja, und von dieser Unterscheidung von Wahrnehmen und Denken lebt jetzt diese Unterscheidung von zwei philosophischen Grundpositionen, die den Namen haben, Rationalismus und Empirismus, das ist schon eigentlich sprachlich grässlich, Rationalismus, das ist die Ratio, das ist das lateinische Wort für Verstand oder so irgendwas, Logos, Griechisch und Empirismus, die Empiria, Empiria ist die Erfahrung und da ist wirklich gemeint, primär mal die Sinneserfahrung, also so hängt das zusammen, die Wörter sind natürlich überkreuz, aber so ist das eben, das ist nicht ganz so schlimm wie Continental versus analytisch, also da wird es ja einem wirklich, dann kann es einem erschwindelig werden und hier ist es einfach, naja, so ist die Geschichte halt. Also und jetzt werden wir im nächsten uns diese beiden Positionen mal anschauen und ich beginne mit dem Rationalismus und der Rationalismus ist für uns heute relativ fremd und ich brauche ein bisschen, ich möchte Sie dazu bringen, nachzuvollziehen, wieso man eigentlich in diesem 17 oder 18 Jahrhunderten wirklich Rationalist sein kann, also diese Position vertreten, ich möchte Ihnen also diese Position plausibel machen, sodass Sie sagen, ja, die haben ja was ganz anderes gedacht als wir heute und trotzdem ist nicht von vornherein klar, dass wir die Cleveren sind, sondern die haben sich was sehr Genaues überlegt. Also, die These, die Grundthese, sozusagen die Grundidee, die Grundvorstellung des Rationalismus ist, dass jedenfalls die metaphysische Erkenntnis, also die Erkenntnis, die dann wirklich sozusagen an die Fundamente des Seinden, das erkennt, was es ist, dass diese metaphysische Erkenntnis primär Vernunfterkenntnis ist. Also, dass da Ratio, also Verstand, Vernunft, mache ich jetzt nicht die Unterscheidung, die kann man auch machen, also mache ich hier aber nicht, sondern dass das eine Frage des Denkens ist, die Vernunfterkenntnis und das bedeutet insbesondere, dass der andere, diese andere Möglichkeit oder dieses andere Organ oder Fähigkeit, die Sinneswahrnehmung allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist die Vorstellung. Also, wenn immer man Metaphysik treibt, dann muss man primär mal denken, das ist das Allerwichtigste und die Sinneswahrnehmung hat eine allenfalls untergeordnete Rolle. So, also, da wollen die Leute also die Struktur der Welt irgendwie erkennen und machen die Augen zu, jetzt ganz grob gesagt. Und das ist natürlich für uns zunächst mal sehr unplausibel. Wenn man die Welt erkennen will, muss man einfach schauen, was da ist, muss man einfach gucken und dann rausfinden, was da ist. Also, das ist ja eine sehr merkwürdige Sache. Nun, deswegen möchte ich Ihnen das plausibel machen, wie man dazu kommen kann und die These lautet eben etwas anders formuliert jetzt, die Vernunft ist autonom in der Lage, grundlegende Eigenschaften der Welt zu erkennen, während die Sinne das eher vernebeln, verschwimmen und sozusagen in die falsche Richtung leiten. Also, das ist die These. Die Sinneswahrnehmung ist ja nett und man kann sie brauchen für dies und das, aber wenn es darum geht, die grundlegenden Eigenschaften der Welt zu erkennen, dann nützt Ihnen die Sinneswahrnehmung nur sehr beschränkt, wenn sie nicht sogar hinderlich ist. Das ist die Vorstellung. Also, Sie können sich ja sagen, ja, also für manche Dinge, also wenn es darum geht, um nachzuschauen, ob jetzt dann Hund, der auf Sie zukommt, ob jetzt der böse ist oder ob der nicht böse ist, schaut man besser hin und denkt nicht nach. da muss ich mich in Sicherheit bewegen. Aber wenn es eben darum ankommt, was sind die grundsätzlichen Strukturen der Welt, dann könnte es sein, dass da so mit hinschauen und so, dann sieht man dieses und jenes, aber weiß nicht so recht, ja, was ist jetzt das Grundlegende und dass man dafür dann eben denken muss und dass deswegen dort der Verstand oder die Vernunft das Entscheidende ist. Also, das könnte ja sein. Die Hauptvertreter, bevor ich Ihnen noch das versuche, plausibel zu machen an einem Beispiel wenigstens, also nur, dass Sie es zunächst mal wissen und Sie sollen ja dann merken, dass es nicht einfach Idioten sind, sondern dass da wirklich was dahinter steht, dass Sie sich sehr was genau überlegt haben. Die Hauptvertreter, die nenne ich Ihnen jetzt zunächst mal, das sind mehrere und die stehen in einem wie so vieles in der Philosophie, auch selbstverständlich in Wissenschaften, auch in anderen Bereichen des Lebens. Es gibt dann ein Anknüpfen jeweils an die Vorgänge und eine Weiterentwicklung. Also auf der einen Seite ein Anknüpfen, ein Aufnehmen, was derjenige gesagt hat und dann nörgelt man irgendwas rum und sagt, ja, aber das müssen wir so und so machen und dann entwickeln wir es weiter. Aber es ist ein klares Anknüpfen und Weiterentwicklung und die Hauptfiguren hier sind Descartes, der dürfte allen bekannt sein, 1596 bis 1650, der wird ja immer wieder gefeiert als der erste neuzeitliche Philosoph mit seiner Zweifelsüberlegung und allem Möglichen. Also der spielt sicher eine ganz große Rolle. Es gibt Leute, die sagen, Descartes ist nicht in Wirklichkeit der erste Philosoph der Neuzeit, sondern ist der letzte Philosoph des Mittelalters. Also da kann man auch wieder streiten. Also mir kommt es nicht darauf an, jedenfalls wir nehmen den mal, den Descartes, der ist zugleich ein großer Mathematiker, ein ganz großer, gehört zu den absolut ganz Großen in der Mathematik und ebenfalls ein ganz großer Physiker. Seine Beiträge zur Optik sind erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt gewürdigt worden. Erst jetzt nimmt man wahr, ein wie großer Optiker, auch ist ein wie stark Newton, der dann die Optik dominiert hat, von Descartes abhängt, weil er wirklich die Abhandlungen von Descartes dort studiert hat. Also Descartes in dieser künstlichen Anfangspunkt ist der erste, dann Spinoza 1632 bis 1677, auch der ist noch namentlich wohl bekannt und natürlich Leibniz. Sie vergessen niemals Leibniz, Sie wissen auch bitte, wann er geboren und wann gestorben ist. Das kann man sich leicht merken. 1646 ist eine Zahl, die man sich leicht merken kann und der ist 70 Jahre alt geworden. Müssen Sie nur zusammenzählen, dann wissen Sie, dass er 1716 gestorben ist. Also wenn Sie aufgeweckt werden oder dem Tram angesprochen werden, müssen Sie selbstverständlich, wenn Sie jemanden fragt Leibniz, sagen Sie natürlich sofort, 1646 bis 1716, Sie studieren ja an der Leibniz-Universität. Das gilt auch für die Seniorenstudenten. Sie müssen nicht meinen, dass Sie, weil Sie hier nichts zahlen, dass diese Verpflichtung dann für Sie nicht gilt. Die gilt für alle, durch die Bank, auch für den, der aufnimmt. So, also, das ist der Leibniz und dann schließlich Christian Wolf, den werden Sie weniger kennen, der ist ein damals in seiner Zeit sehr berühmter Philosoph, ein Systematiker, erster Güte, der ist einfach insofern sehr wichtig, als Kant diese rationalistische Position, diese rationalistische Strömung, hauptsächlich über Christian Wolf aufgenommen hat. Also der ist dort ein Systematisierer der rationalistischen Positionen und so, dass er dann bei Kant dann sehr wirksam geworden ist und auf Kant komme ich natürlich auch noch zu sprechen. Also das sind diese Leute und ich möchte Sie jetzt wenigstens mit einem Beispiel plausibel machen, wieso man auf den Gedanken kommen kann, dass die Sinneswahrnehmung vielleicht doch nicht so toll ist in manchen Dingen, sondern dass das Denken vielleicht viel effizienter ist. Jetzt muss ich Sie allerdings hier ein bisschen in die Mathematik reinführen. Descartes ist der Erfinder der sogenannten analytischen Geometrie, die werden Sie in der Schule noch gehabt haben. Zuerst machen Sie eine Geometrie, dann machen Sie Zeichnungen, müssen irgendwas konstruieren, Zeichnungen machen und mit Zirkel und Lineal dann irgendwas da rumkonstruieren und Radiergummi benutzen vor allen Dingen und dann kriegen Sie irgendwelche Ergebnisse und Hilfslinien einzeichnen und dann kommt der Descartes und sagt, pass auf, diese ganze Zeichnerei ist für die Geometrie unnötig. Die ist einfach, braucht man gar nicht. Das ist die analytische Geometrie, weil Descartes eine, also wirklich eine unglaubliche mathematische Leistung erbracht hat und die besteht darin, viele der ganz, ganz großen mathematischen Leistungen sind von der Art, dass gezeigt wird, dass zwei Gebiete, zwei mathematische Gebiete, die sehr, sehr unterschiedlich aussehen, also ziemlich heterogen sind, dass die in Wirklichkeit ein und dasselbe Gebiet sind. Das ist die ganz große Leistung, die hier passiert. Also das bedeutet hier, dass die Geometrie, also wo es dann darum geht, Beweise über geometrische Figuren zu machen, Konstruktionen zu machen, aller möglichen Art, dass dieses Gebiet im Wesentlichen ein Äquivalent ist oder das Gleiche ist wie die Lehre von Gleichungssystemen. Also ganz grob gesagt. Und das ist unglaublich. Ich meine, wenn Sie ja mit Gleichungen, da wird da umgehen, seit Jahrhunderten ist dann von den Arabern, von der arabischen Tradition her natürlich am höchsten entwickelt, ist die Algebra entwickelt worden, es sind die Fragen, eben der Algebra, die Algebra ist dort erfunden worden, ist ja auch ein arabischer Name, die Algebra hat sich entwickelt und jetzt plötzlich kommt einer und schaut, diese wirklich extrem heterogen aussehenden Sachen ein, die einen, die da mit Zirkel und Lineal operieren und die anderen, die einfach Gleichungen hinschreiben und ausrechnen und er sagt, das ist im Wesentlichen das Gleiche, was ihr macht. Ich kann euch jedes geometrische Problem überführen in ein algebraisches Problem. Also und das sozusagen ganz konkret, wenn Sie eine Linie haben, also eine Strecke genauer gesagt und Sie wollen konstruieren, den Mittelpunkt der Strecke, also denjenigen Punkt, der von beiden Endpunkten gleich weit entfernt ist, dann werden Sie sich wahrscheinlich erinnern, wie Sie das in der Schule gemacht haben, müssen Sie einen Zirkel nehmen und dann müssen Sie einen Kreis schlagen und der Kreis darf nicht zu klein sein, sonst geht es nicht, sondern er muss dann eine gute Größe haben, dann machen Sie da einen Kreis und mit demselben Zirkel den Kreis vom anderen Punkt her und dann kriegen Sie zwei Schnittpunkte und dann legen Sie eine Gerade durch diese beiden Schnittpunkte und wo diese Gerade die ursprüngliche Strecke trifft, dort ist der Mittelpunkt der Strecke. Also das ist die geometrische Konstruktion für den Mittelpunkt. Sie werden sich erinnern mit großer Freude, dass endlich diese schönen Gymnasialerinnerungen wieder mal lebendig werden und was Descartes gezeigt hat, ist, dass er mit einer Rechnung bestimmen kann, wo dieser Mittelpunkt liegt. Er sagt einfach, ich schreibe einfach die Gleichung hin, die für diese Strecke relevant ist oder für die Gerade schreibe ich die Gleichung hin, wo die Punkte sind und dann schreibe ich zwei Gleichungen hin und wenn ich die gelöst habe, dann bekomme ich genau die Koordinaten des Punktes an des Mittelpunkt dieser Strecke. Das heißt, das geometrische Problem der Konstruktion des Punktes, des Mittelpunkt der Strecke, ist übergeführt in ein algebraisches Problem, das H genau dasselbe Problem löst. Und das ist jetzt was, wenn Sie jetzt anschauen in dem Kontext, in dem ich Ihnen das gesagt habe, in der Geometrie ist es so, dass Sie die Anschauung brauchen. Sie müssen das anschauen, Sie sehen sich, aha, hier habe ich die Strecke und die ist auf dieser Ebene und das mache ich jetzt, wie komme ich nur zu diesem blöden Punkt in der Mitte? Ja, da muss ich irgendwie Symmetrie oder was benutzen. Ah, schauen wir doch mal mit Kreisen und dann machen Sie den Kreis und den Kreis. Ach ja, und dann darf ich mein Lineal wieder benutzen, ich darf ja nur Zirkel und Lineal benutzen und dann mache ich da die Linie und puff, habe ich den Punkt. Und da brauchen Sie natürlich ununterbrochene Anschauung. Sie müssen natürlich das schauen, Sie müssen die Anschauung des Kreises haben, der verschiedenen Kreise und der Schnittpunkte und dieses Zweidimensional müsste ich alles vorstellen können. Wenn Sie das nicht können, können Sie die Konstruktion nicht machen. Und jetzt stellt sich raus, alle diese Anschauungen ist völlig überflüssig. Ist völlig überflüssig, völlig für die Katz. Das ist reines Beiwerk. Weil das, worum es eigentlich geht, ein rein gedanklicher Akt ist, den Sie sehen, wenn Sie die zwei Gleichungen hinschreiben und lösen und auflösen nach den beiden Unbekannten. Paff, kriegen Sie die beiden, kriegen Sie die Koordinaten von dem Punkt, von dem Sie suchen. Sodass Sie sehen, dass der Augenschein hier, dass man sagt, ja, aber es ist doch absolut notwendig und das war ja auch so, 2000, wie lange ist das, Descartes, 1900 Jahre lang hat man bei diesen Problemen, seitdem also Euclid wirklich aufgeschrieben war, hat man bei diesen Problemen diese Art der Zeichnungen machen müssen, mit Zirkeln und Linearen konstruieren müssen. Und 1900 Jahre, die gescheitesten Leute haben das alle gleich gemacht und plötzlich stellt sich raus, die ganze Anschauung ist nicht notwendig dafür. Ist einfach unnötig. Ist völlig für die Katze. Ist einfach ein Beiwerk, was da zufällig reinkommt, aber die eigentliche Sache ist die, die dann in den beiden Gleichungen drinsteht, wo Sie einfach den Punkt bestimmen können. Und das kann Ihnen sozusagen, und wie gesagt, Descartes ist der Erfinder der analytischen Geometrie, ist einer der ganz großen Mathematiker der Menschheitsgeschichte, ist keine Übertreibung. Und wenn so jemand so etwas sieht, dass in so einem Fall, in so einem eklatanten Fall, wie schon so eine toll ausgearbeitete Wissenschaft, wie die Geometrie, dass selbst dort die Anschauung überflüssig ist, dass man auf das Eigentliche durch reines Nachdenken draufkommen kann, ohne die Hilfe der Anschauung, dann könnte sich denken, dass der sich sagt, hey, also das könnte ja woanders auch noch so sein. Also ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen, ob das historisch wirklich so richtig ist, wie ich es Ihnen sage, sondern das ist nur jetzt ein Anschauungsbeispiel, wie es einem passieren kann, dass man denkt, ja, diese Anschauung, in dem Fall ist sie nicht irreführend, aber sie ist einfach nicht nötig für das, worum es eigentlich geht. So, und jetzt gebe ich Ihnen hier noch weitere Dinge, das ist das, was ich gesagt habe, die Überführung von geometrischen Beweisen mit Zeichnungen, in das Lösen von Gleichungen, das Lösen von Gleichungen sind reine Denkakte und Sie können das jetzt vielleicht noch sehen bei bestimmten rationalistischen Positionen, dass man dort auch dann das Gefühl kriegen kann, ja, das ist vielleicht gar nicht so unvernünftig, dass man sich hier auf das Denken verlässt und nicht auf die Anschauung. Also, sicher ist Ihnen den meisten von Ihnen bekannt, die sogenannte Zwei-Substanzen-Lehre von Descartes, ich komme auch auf die noch zu sprechen, dann beim Leib-Seele-Problem, in der behauptet wird, dass die Welt letztlich aus zwei Substanzen besteht, auf den Substanzbegriff komme ich noch eigens zu sprechen, das ist selbstständig seiendes, das können Sie schon mal merken, aber ich komme, wie gesagt, im Detail noch darauf zu sprechen, auf den Substanzbegriff. Also, die These ist hier, die Zwei-Substanzen-Lehre, dass es zwei eben Sorten von Substanz gibt in der Welt, die Res Extensa und den Geist, die Res Coquitanz, dazu gibt es dann den lieben Gott, aber der ist ja nicht in der Welt, sondern dass die Welt aus diesen zwei Substanzen besteht und dass Sie dafür, um zu dieser Position zu kommen, müssen Sie natürlich schon sozusagen hinschauen, was es so alles gibt, also dass es da Menschen gibt und Sie müssen sich selber anschauen, wie Sie nachdenken und dass Sie beobachten und alles Mögliche, aber das kann natürlich nicht das Resultat von besonders genauer Beobachtung sein, denn Sie können natürlich Menschen anschauen und Tiere und wenn Sie die treten, dann jammern beide und alles Mögliche und wir können rechnen und die Tiere können das vielleicht oder gar nicht und alles Mögliche, aber zu dem Resultat zu kommen, dass die Welt wirklich einfach nur aus zwei Substanzen besteht, aus nichts anderem, die wenig miteinander zu tun haben, ein bisschen haben Sie was miteinander zu tun, das macht dann auch Ärger, wenn wir dann noch sehen, das ist natürlich nicht etwas, wo Sie besonders sorgfältig nur beobachten müssen, sondern da müssen Sie natürlich schon auch besonders sorgfältig nachdenken. Also ich kann natürlich durch sorgfältige Beobachtung feststellen, dass auf diesem Pult hier zwei Kugelschreiber und nur zwei Kugelschreiber liegen, also wenn ich dann genau hinschaue und so, und da muss ich also nicht nur fürchterlich denken, also ich sollte natürlich wissen, dass es keine unsichtbaren Kugelschreiber gibt, denn sonst wäre es natürlich schwierig zu sagen, wie hier draußen, aber von den Sichtbaren muss ich die Aussage anders machen. Also es gibt hier zwei sichtbare Kugelschreiber auf diesem Pult und das ist klar, da brauche ich Beobachtung. Aber wie gesagt, wenn es um so eine Frage geht, was ist eigentlich die Welt, also was ist die sozusagen aufgebaut, zusammengesetzt, da muss man schon ziemlich viel denken und noch stärker wird das ein weiterer Satz und der kommt von Wann geboren? So, naja, ein paar haben es gewusst, also bessern Sie sich. Also, der Satz vom zureichenden Grunde, das ist sozusagen einer der wirklich zentralen Sätze jetzt des Rationalismus und der sagt, für alles, was es gibt, gibt es einen zureichenden Grund. Und jetzt muss man sich noch überlegen, was soll das eigentlich heißen? Einen zureichenden Grund, der Ihnen eben erklärt, weshalb es so ist, wie es ist. Also, für dasjenige, für alles, was ist, also für jedes Existierende, gibt es einen zureichenden Grund und der zureichende Grund, wenn Sie nehmen, also ich möchte dieses Existierende hier und dann gibt es einen zureichenden Grund und der zureichende Grund erklärt mir, warum dieses Ding ist und wie es ist. Also, dass es ist und wie es ist. Das ist der Satz vom zureichenden Grunde. Und das ist natürlich eine extrem weitreichende These, die er da macht, dass er sagt, für alles Seinde gibt es einen zureichenden Grund und auch dort ist es mit der empirischen Stützung, also über die Sinne, ist es so eine Geschichte, also wie weit Sie da hinkommen. Leibniz dachte eben, dass man wirklich mit Vernunfterkenntnis, also wirklich durch ganz scharfes Nachdenken zur Wahrheit dieses Satzes kommen kann. Also wirklich als eine Einsicht, sodass Sie sagen können, für alles, was ist in der Welt, in der Welt gibt es einen zureichenden Grund. Nur Gott ist Grund seiner selbst. Also bei dem in der Welt ist das einfach so, da gibt es einen zureichenden Grund. Das ist so eine rationalistische Grundüberzeugung, vor der man sagen kann, naja, wenn man überhaupt da drauf kommen kann oder wenn man das überhaupt begründen kann, dann spielt das Denken sicher eine große Rolle, eine ganz große Rolle. Ob dann die Erfahrung auch noch ein bisschen eine Rolle spielt, na wie auch immer. Also, ich wollte Ihnen auch nur, sonst muss man ein Seminar hier machen über Rationalismus, ich wollte hier nur Ihnen einen gewissen Geschmack geben, wie solche Positionen aussehen, also was die behaupten. Und dann auch, dass es jedenfalls nicht von vornherein hirnrissig ist, sowas zu behaupten, sondern das ist in einem bestimmten Kontext, ist das dann sehr plausibel, dass Sie das alle nicht mehr für plausibel halten, liegt daher, wirklich daher, weil wir ein paar hundert Jahre nach diesen Ereignissen sind und grässlich viel passiert ist und einiges von dem, was passiert ist, erzähle ich Ihnen dann auch, dass Sie sehen, warum das heute sozusagen sowas ist, wo man sagt, Rationalismus glaube ich nicht. Obwohl, Sie finden auch in der heutigen Philosophie durchaus Rationalisten in etlichen Positionen. Also, so sieht dieses Erste aus, dieses relativ Fremde, das, was jetzt dann kommt, der Empirismus, der ist viel näher liegend für uns. Haben Sie da eine Frage zu dem Rationalismus? Wunderbar. Dann gehen wir zum Empirismus. Jetzt kommen wir sozusagen näher nach Hause. In gewisser Weise, also da sind die Geschmäcker auch sehr verschieden, viele Leute, also in der Philosophie fühlen sich dann wohl, wenn sie näher zu Hause sind. Ich finde es dann näher zu Hause immer ein bisschen langweilig. Ich finde das immer viel aufregender, wenn die Positionen irgendwie weiter weg sind, man sich fragt, vielleicht haben ja die doch recht und man muss sich erst daran gewöhnen, während so Sachen, die man sowieso schon kennt, finde ich in der Philosophie ein bisschen langweilig. Aber das ist reiner Geschmack und Sie können das machen, wie Sie wollen. Also, in dem Empirismus passiert das, wovon Sie wahrscheinlich auch in der Majorität überzeugt sind, außer Sie sind Mathematiker, die haben natürlich manchmal dann auch ihre eigenen Gedanken. Das leugnet der Empirismus, den kann man negativ zunächst sagen, er leugnet die Möglichkeit von Vernunfterkenntnis, was die Welt betrifft. Also die Vorstellung ist die, wenn du was wissen willst über die Welt da draußen, dann ist es unmöglich, nur durch Nachdenken da drauf zu kommen. Das kann nicht gehen. Weil du mit dem Nachdenken sozusagen ganz bei dir in deinem Verstand, in deiner Vernunft bleibst und sozusagen gar nicht rausreichen kannst auf die Welt. Und wenn du was wissen möchtest über die Welt da draußen, dann musst du sozusagen aufmachen. Und aufmachen bedeutet dann die Augen aufmachen oder eben die Sinne öffnen und die Sinne schaffen dann irgendwie eine Vermittlung zur Welt, sodass von der Welt irgendwas zu uns reinkommen kann über die Sinne, über das Sehen, das Hören, Riechen, Schmecken und so weiter und tasten, sodass wir dadurch Informationen über die Welt bekommen, eventuell Wissen über die Welt bekommen, über die Sinne seien. Und das ist die Vorstellung. Und dass sozusagen, wer sich nur an den grünen Tisch setzt, um im Bild zu sprechen, sozusagen die Augen zumacht und nur nachdenkt, der kann prinzipiell nichts über die Welt rausfinden. Wie sollte das auch gehen? Der findet ja nur dann seinen eigenen Verstand vor und dann findet er vielleicht irgendwas, was er über die Welt mal erfahren hat, aber das ist dann über die Welt schon über die Sinne reingekommen. Aber ansonsten ist da nur der Verstand mit sich alleine. Ja, und was soll der machen? Der kann natürlich irgendwelche Konstruktionen machen, kann Schachspiel erfinden und Romane schreiben, irgendwas aber über die Welt erfahren, die da draußen ist, geht nicht. Also sie haben sozusagen kein Fenster, sie haben nichts offen dafür. Das ist die Vorstellung des Empirismus, die uns wie gesagt heute extrem, den allermeisten sehr, sehr plausibel ist. Und das bedeutet dann, dass alle sachhaltige Erkenntnisse, also sachhaltig bedeutet über die Welt, dass die letzten Endes in der Sinneswahrnehmung Wurzel. Das ist einfach der einzige Kanal, der offen ist. Also das, was von dort zu uns kommen kann, wenn ich was über die Welt wissen will, dann muss sie ja irgendeiner Weise mit ihr mittelbar zumindest in Kontakt treten. Also ohne hinzuschauen, weiß man einfach nichts drüber. Und deswegen muss man da in irgendeiner Weise Kontakt aufnehmen und das machen eben die Sinnesorgane. Und das ist natürlich extrem plausibel, wenn Sie dann andere Lebewesen anschauen, Tiere und Pflanzen, die haben ja alle, nehmen irgendwie Informationen aus von da draußen und darum verhalten sich so. So, und das hat Locke, das ist einer von denen, die Namen, die anderen kommen dann gleich. Locke hat das sehr schön formuliert in einer ganz unbekannten Sprache. Man fragt sich, ist überhaupt eine europäische Sprache hier? Nihil est in Intellectu, quod not prius furit in sensu. Und wenn man das also aus dem Lateinischen übersetzt, dann heißt das, nichts ist im Geist, was nicht vorher in den Sinnen war. Also das, was immer Sie jetzt an Wissen haben, an Vorstellungen, dann ist dort, der Geist ist eine Tabula rasa, wird es auch genannt, sozusagen ein leerer Tisch, da ist gar nichts. Und alles, was Sie auf dem Tisch vorfinden, ist nicht etwa eine Selbstkreation des Geistes, sondern ist etwas, was letzten Endes von der Welt her über die Sinne zu Ihnen in den Geist reingekommen ist. Das ist also ein empiristisches Credo, das sehr schön dort formuliert ist, dass eben nichts in dem Intellekt ist, was nicht vorher in den Sinnen war, das prius, das ist wirklich, sowohl in einem zeitlichen wie auch sachlichen Sinn gemeint, das ist also gemeint, das ist wirklich, der Geist ist einfach leer, das ist das pure Denkvermögen und sobald Sie dem sozusagen Futter geben wollen, über das er nachdenken soll, dann muss das irgendwie von draußen kommen. Das ist die Vorstellung. Nur eine Nebenbemerkung, die Mathematik macht für Empiristen öfters Schwierigkeiten, weil die Mathematik weder offensichtlich dann empiristisch ist und sobald Sie da die Tür aufmachen, sozusagen, dass die Mathematik dann irgendwie rationalistisch oder rational ist, dann ist die Tür womöglich, dürfen Sie gar keinen Spalt aufmachen, sonst gibt es Ärger. Ich erwähne das nur, das ist immer interessant, wenn man Empiristen anschaut, wie hältst du es mit der Mathematik. Gut. Die Hauptvertreter ist der genannte John Locke, ebenfalls eine wirklich ganz wichtige Figur des 17. Jahrhunderts, in vieler Beziehung, 1632 bis 1704, dann David Hume natürlich als der wahrscheinlich berühmteste Vertreter des Empirismus, 1711 bis 1776, also das 18. Jahrhundert, wirklich dominierend. Das sind die beiden, das sind Briten, und da scheint es tatsächlich so eine nationale Diversifizierung zu geben. die Angelsachsen, die stark, also die Engländer dann besonders, die empiristisch sind, dann die Amerikaner, wo ja natürlich ein Haufen Nationalitäten zusammengeschlossen sind, aber dann sehr stark so pragmatische, empiristische Dinge, während der Rationalismus sozusagen tendenziell dann in Deutschland und Frankreich seine Hauptvertreter hatte. Heute löst sich das geografisch alles auf zum Glück. So, und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, und zwar ein Beispiel, das jetzt anknüpft an das Beispiel von Leibniz, also wo Leibniz sagt, das Prinzip des zureichenden Grundes, dass jeder, alles was ist, eben einen zureichenden Grund hat, und das glaubt Leibniz, als eine Verstandeserkenntnis deklarieren zu können, und Hume sagt dagegen, dass das Erkennen von Ursache-Wirkungsverhältnissen nicht wirklich möglich ist. Überhaupt das Erkennen von Ursache-Wirkungsverhältnissen. Also da werden Sie natürlich schlucken und sagen, Moment mal, ich bin Empirist, ich glaube aber daran, dass ich Ursache und Wirkung kenne. Und dann sagt Hume, sorry, großer Irrtum, wenn du das genau anschaust, dann sieht das leider viel schlechter aus. Und er nimmt das Beispiel, Sie nehmen, die Sonne geht auf und da liegt irgendwo ein Stein rum, sind ja willentlich hier bei der Leibniz-Universität wunderschöne Steine auch hier hingelegt. Wann hat Leibniz gelebt? Wie war das? Das wissen Sie nicht. Okay. Sitzen in der ersten Reihe und wissen das nicht. Gut. Also, soll ich es nochmal sagen, 1746, 1646 bis 1716. Also, also da ist der Stein im Garten der Leibniz-Universität. Jetzt frage ich nicht nochmal. So, und die Sonne scheint auf den Stein und der Stein erwärmt sich und jeder wird sagen, die Ursache für diese Steinerwärmung ist das Scheinen der Sonne auf den Stein. Und jetzt fragt Hume, woher weißt du das, dass das die Ursache ist? Und er ist Empirist und sagt, du müsstest das ja der Beobachtung entnehmen können, wenn du wirklich Empirist bist. Sag mir mal, was du siehst. Na, was du siehst ist oder fühlst, also in dem Fall, Erwärmung sieht man ja nicht, also jedenfalls nicht in diesem Temperaturbereich. Da ändert sich nichts visuell, aber wir fassen also drauf, dann ist er kühl, dann geht die Sonne auf, dann ist der Stein warm. So, und was siehst du denn? Du siehst wirklich nur ein Hintereinander. Nämlich ein Hintereinander erst von dem kalten Stein und die Sonne ist noch weg und dann geht die Sonne auf und dann erwärmt sich der Stein und du siehst nur ein Hintereinander. Aber die Kausalbeziehung, dass das eine ursächlich ist für das andere, kannst du nicht beobachten. Die ist unbeobachtbar. Deswegen haben die, das haben die anderen, die Rationalisten natürlich schon gemerkt, die haben gesagt, ja beobachten, also gemerkt, jedenfalls haben sie darauf reagiert. Das muss man denken, muss man denken, die Kausalbeziehung. Aber Jung sagt, nein, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, an diese angenommene Kausalbeziehung dranzukommen als Empirist, weil sie den Sinnen nicht zugänglich ist. Die manifestiert sich nicht. Alles, was du siehst, ist ein Hintereinander, der unterstellte kausale Zusammenhang ist nicht beobachtbar. Es wird immer nur, es ist immer nur möglich, indem wir das, jetzt kommt es wieder auf Lateinisch, indem wir uns daran gewöhnen und aus einem Posthock, ein Hintereinander, nämlich erst ist der Stein kalt, dann kommt die Sonne, dann wird der Stein warm, aus dem machen wir da ein Propterhock, das ist also das Ursächliche, dass wir uns daran gewöhnen, erst kommt das eine, dann das andere, ach, und das war jetzt immer schon so, und dann sagen wir, ach, das ist kausal. Aber in Wirklichkeit ist das kausale Element dabei erschwindelt. Man hat sich lediglich daran gewöhnt, sagt dann, das sei ursächlich, aber kann die Ursächlichkeit überhaupt nicht belegen. Alles, was man belegen kann, ist das Hintereinander. Und deswegen die ultrakurze Formulierung, das ist das Verwechseln, also aus dem Posthock macht man ein Propterhock, aus dem Hintereinander macht man ein, na, Durcheinander kann man nicht sagen, macht man einen kausalen, eine kausale Verursachung. Und dafür gibt es kein legitimes Argument. Das ist jetzt sozusagen relativ radikale Philosophie, natürlich auch gegen den gesunden Menschenverstand, hier aber empiristisch, das einfach, oder haben die Empiristen, haben durchaus manchmal die starken Neigungen, jetzt wirklich radikal zu werden, weil sie sagen, jetzt schauen wir mal ganz genau hin, was wir wirklich durch die Sinne lernen, was wir wirklich durch die Sinne erfahren können. Und hier sagt eben Hume, sorry, mit der Kausalbeziehung ist es nichts. Also hier passt das Wort sorry übrigens, denn Hume war ja Schotte, während wenn wir im Deutschen sorry sagen, ist ja manchmal ein bisschen lächerlich, gibt ja auch Entschuldigungen. Also, Hume sagt also auf Deutsch übersetzt, Entschuldigung, Sie sehen also die kausale Beziehung nicht, Sie haben keinen empirischen Zugriff auf die kausale Beziehung und seine positive Theorie ist, alles was ihr tut, ihr gewöhnt euch dran, dass ihr das oft und oft beobachtet habt, das erste eine kommt aus das andere und dann adelt ihr das sozusagen und sagt, ja, das ist nur nicht einfach irgendwie nacheinander, sondern hier gibt es einen ursächlichen Zusammenhang. Und diese Behauptung des ursächlichen Zusammenhangs hat eigentlich keine bessere Legitimation und das ist eben fast keine, als dass man sich daran gewöhnt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist also ein ziemlich radikaler Schritt, den die Empiristen hier machen und vor allen Dingen gibt es eines schon überhaupt nicht, was eigentlich immer, jedenfalls in der Neuzeit, mit Kausalität dann gedacht worden ist, nämlich, dass der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung den Charakter des Notwendigen hat. Also wenn die Ursache sozusagen gesetzt ist oder gegeben ist, dann bringt sie notwendigerweise die Folge hervor, die Wirkung. Also dass der Zusammenhang von Ursache und Folge was mit Notwendigkeit zu tun ist. Es ist nicht so, dass die Ursache sagt, mal, ach, heute mache ich mal die Folge nicht oder ich sollte immer Wirkung sagen, also Ursache und Wirkung. Also heute mache ich die Wirkung nicht, aber morgen vielleicht mal wieder, sondern dass die Vorstellung irgendwie dies, dass da ein Zwangszusammenhang ist, eben eine kausale Notwendigkeit, dass eben das Ursächliche dann notwendigerweise und deswegen eben auch verlässlicherweise zu der Wirkung führt. Das ist etwas, was wir mit der Vorstellung von Kausalität verbinden, auch heute noch, diese Vorstellung der Notwendigkeit und von der Jung sagt, das ist eine völlige Illusion, das ist eine absolute Illusion, das ist reine Erdichtung, das ist reine Fantasie, ist nichts zu holen, du hast nicht die geringste Möglichkeit Einsicht zu haben in irgendeiner Form von Notwendigkeit hier. Du siehst keine Notwendigkeit, du fühlst sie nicht, wenn du sie denkst, dann fantasierst sie nur, es gibt keinen Zugriff auf diese Art der Notwendigkeit, ein reines Fantasiegebilde. Das ist schon ziemlich dicke Kost, die hier einer, also wirklich zu dieser Zeit, dass die damals, ich meine, das war mehrere hundert Jahre und der kann schon so scharf denken, das klappt man gar nicht, wir können das nur. Nein, 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 das ist nicht so. Also der gute Jungen, der sieht dort wirklich in aller Schärfe dieses Problem und diese Notwendigkeit, das war eben das, was die Rationalisten meinten, über den Verstand bekommen zu können. Also wenn sie drüber nachdenken, über den Zusammenhang von Ursache und Wirkung, dass sie dann gedanklich, also durch Nachdenken, durch die Vernunft dieser Notwendigkeit gewahr werden. Also, was ich für ein Wort ich nehmen soll, also die dann sehen oder erschließen können, jedenfalls einen zuverlässigen Zugriff drauf haben, dass sie sagen, natürlich, es ist so, die Ursache bringt die Wirkung mit Notwendigkeit hervor und nicht nur irgendwie zufälligerweise, kontingenterweise oder nur dann und wann. Nein, sondern das ist der Witz von Ursache und Wirkung, dass ein Notwendigkeitsverhältnis besteht. Das ist etwas, wo man dann so das Gefühl hat, ja, das kann man irgendwie mitdenken, kommt man da irgendwie drauf? Und dann sagt der Empirist, nein, das ist alles Irrtum, ist alles Blödes geredet, nichts ist da. Alles, was da ist, ist ein Hintereinander, die Gewöhnung und dann schmiert ihr da noch so ein Brei drüber mit Notwendigkeiten, das ist alles Illusion, könnt ihr alles euch abschminken. Diese radikale Sache, die ist also in sich selber, das ist schon fast ein bisschen, ja, ich habe unter anderem zu Glück geschrieben. Also unter anderem, das ist natürlich selber ein philosophisches Großereignis, was dort passiert ist. Wenn jemand wirklich, und das ist also diese Idee von Ursache und Wirkung, die gibt es zwar erst in der Form, wie wir sie kennen, in der Neuzeit, die hat es in der Antike nicht gegeben, diese Form der Ursache, Wirkung, wie wir darüber denken. Das liegt daran, dass Aristoteles dort immer so übersetzt wird mit der Vier-Ursachen-Lehre, wenn man das genauer anschaut, hat das mit den Ursachen, wie wir sie verstehen, nur ganz am Rande zu tun und diese Form der Ursächlichkeit ist etwas, was wirklich in dem Kontext der neuzeitlichen Physik der Mechanik entstanden ist. Wenn Sie eben stoßende Körper sich anschauen, ich werde da auf diesen Kontext zu sprechen kommen, dann beim Leib-Seele-Problem, das ist einfach dieser Atomismus des 17. Jahrhunderts oder Korpuskularismus, wo Sie wesentliche materielle Prozesse dadurch erklären, dass Teilchen aufeinanderstoßen. Und dort haben Sie einmal sozusagen, Sie sehen, dass das eine Teilchen ruht und das andere stößt dran und dann fliegt dieses Teilchen davon, das ist sozusagen der Prototyp und dann können Sie mit Winkeln und sowas rumspielen, was man damals eben gemacht hat und dort haben Sie eine Vorstellung von einer Art von Kausalitäten. Das ist diese Kausalität, die dort im 17. Jahrhundert im Kontext dieser Physikentwicklung sozusagen das Licht der Welt erblickt und die dann die Philosophie natürlich auch beeinflusst und die Philosophie lenkt. Das ist die Weise, wie man dann eben über Kausalität denkt. Man stellt nicht mehr die Fragen, wie Aristoteles sie gestellt hat, sondern man fragt eben nach dieser Art der Kausalität und wie diese Kausalität in der Welt ist und wie wir drauf kommen können und dann sagen die Rationalisten, ja, das musst du einfach durch die Vernunft einsehen und die Empiristen sagen, gar nichts gibt es zu sehen, nichts zu sehen, weder wörtlich noch im übertragenen Sinne. Wir haben keinen kognitiven Zugriff drauf, das ist Illusion, es ist alles Gewöhnung und mehr gibt es leider nicht. Und dieser radikale Gedanke, der ist also, wie gesagt, der ist selber natürlich ein philosophischer Gedanke allererster Güte, allergrößter Wirkung, der dann noch weiter eben ausgelöst hat, dass er auf Kant eine Wirkung ausgeübt hat. Kant war ursprünglich, auf den komme ich noch zu sprechen, die Lebensdaten von Kant, haben wir noch nicht gehabt. Doch, hatten wir schon, ja. Wann Kant hier? Alle schauen zu Boden. Gut, also, schämen Sie sich und schauen Sie es nach bis zum nächsten Mal. Also, dieser radikale Gedanke von Hume, der hat, wie Kant das selber beschreibt, ihn aus dem dogmatischen Schlummer erweckt und der dogmatische Schlummer ist der Rationalismus. Also, das ist ganz entscheidend, dass dieses Empiristische, also das Argument aus der Küche der Empiristen, den guten Kant, der war eben ein Wolfsschüler, also von diesen Rationalisten, war in dieser Tradition und das Argument von Hume hat ihn dann daraus rausgerissen, so, dass er es dann gesagt hat, er sei in einem dogmatischen Schlummer begriffen gewesen, dass er einfach das nicht gesehen hat und nur dieses wirklich radikale und scharfe Argument von Hume ihn aus diesem Empirismus befreit hat. So, und hier kommt sozusagen ein natürlicher Einschnitt, denn beim nächsten Mal geht es dann bei Kant weiter in der dritten Phase und dort erzähle ich Ihnen, wie dieser Schlummer dann aufgehört hat und wozu er geführt hat und ich wünsche Ihnen eine gute Woche bis dahin. von Hume Untertitelung des ZDF, 2020